In diesem Tutorial zeigen wir dir kurz und knapp, wie du einen Beitrag mit einem anderen Instagram-Account zusammen hochladen kannst, also wie du die Co-Autor-Funktion in Instagram nutzt. Erstmal musst du ganz normal einen Beitrag hochladen, das kennst du ja wahrscheinlich schon. Wichtig ist vor dem Upload, dass du jetzt auf Person markieren gehst. Etwas versteckt kannst du jetzt auf Colab-Partner einladen gehen. Hier suchst du dann jetzt den Account, wählst ihn aus und setzt einen Marker auf dem Bild. Den Upload machst du dann normal weiter und lädst das Bild hoch. Unter dem Beitrag sieht man jetzt auch die offenen Einladungen mit dem aktuellen Stand. Schauen wir jetzt auf das Handy von der Person, die du gerade für den Post eingeladen hast. Bei dem eingeladenen Instagram-Konto ist jetzt bei den Benachrichtigungen die Einladung eingegangen. Der Nutzer kann sich jetzt hier die Anfrage, also den Beitrag ansehen. Zunächst klickst du dann auf Überprüfen und dann auf Annehmen und schon ist die Einladung angenommen. Jetzt ist auch bei beiden zu sehen, dass der Beitrag von beiden Konten ist und somit auch in beiden Profilen vorhanden ist. Soweit dazu, wir hoffen wir konnten dir das gut erklären. Wir freuen uns jetzt noch über eine Bewertung und bis zum nächsten Video.